Vor 13 Jahren stand ich schon einmal hier vor dieser Tür, denn im Oktober vor 13 Jahren habe ich hier als Pfarrer begonnen. Zuerst für eine Seelsorge, Einheit, nämlich für Wersten und für Himmelgeist und danach für die Gesamtseelsorgeeinheit des Lover Rheinboden. 13 Jahre ist das her, eine lange Zeit, aber für mich eine wunderschöne, eine tolle Zeit. Ich möchte ganz herzlich allen Dank sagen, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet. Ich möchte Dank sagen für ganz viel Liebe und Freundschaft, die mir geschenkt worden ist und die mir gut getan hat. Ich habe sicherlich nicht alles richtig gemacht. Mein Gedanke ist immer, es zu versuchen, dem Menschen nahe zu sein, dem Menschen die Botschaft Jesu Christi zu verkünden, Jesus Christus fühlbar zu machen. Ich hoffe, ein Stück weit ist mir das gelungen. Noch einmal, wie gesagt, an so viele ein ganz herzliches Dankeschön. An das Pastoralteam, an die Hauptamtler, an die Ehrenamtler, an die Gemeindemitglieder überhaupt. Wie gesagt, ganz viele tolle Gespräche und Begegnungen habe ich erlebt. Ich gestehe, der Abschied fällt mir nicht so einfach. Deshalb habe ich auch jetzt bei diesem Videopuls das Taschentuch in der Hand. Es geht weiter. So ist das Leben. Aber ein Stück von mir bleibt sicherlich auch hier in der Seelsorgeeinheit. Zum 1. September werde ich nur leitender Pfarrer an Sankt Lambertus, Stadtdechant, Leiter der City-Seelsorge. Ich hoffe, dass auch da ich wieder Menschen begegne, mit denen ich zusammen den Glauben leben kann. Und auch da bin ich schon gespannt drauf. Gott ist es, der schickt. Und ich hoffe, dass ich auch da ein guter Bote sein kann. Ich wünsche Ihnen allen mit dem neuen Pfarrer, mit dem neuen Kaplan, mit dem gesamten Team alles Gute, dass Sie schnell miteinander etwas Tolles auf die Beine stellen, dass gemeinsam man in die Zukunft geht. Wie gesagt, es bleibt einiges hier zurück. Jetzt wurde der Herr gesagt, Niemals geht man zu Gans. In diesem Sinne, alles Gute und Tschüss. Wenn du vorst, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020